Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Aser Reiter und wir sind in Folge Nummer 317 von Simotrans. Ja, wir sind hier am Bahnhof, wollen die Tierfutterfabrik hier von der 105,9 hochbringen mit Personen. Die Tante Mimi hatte uns ja das gesagt, dass man damit auch noch hier die Produktivität des Werkes verbessern kann. So, das würde bedeuten, wir haben schon mal bei dem Zwischenhalt reingeschaut. Und da haben wir ja gesagt, machen wir hier, warte mal, wo war das noch ein bisschen höher? Hier, da haben wir schon den Halt gemacht und müssen gucken, dass wir jetzt den nächsten Halt machen, der hier unten ist. Dafür müssen wir hier umbauen. Da hatte ich schon gesagt, dass es nicht unkompliziert ist, aber ich glaube, wenn wir dieses hier ein bisschen eindämmen und das Gleis hier langziehen, dann müsste es eigentlich klappen. Aber das Ganze machen wir nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann legen wir mal hier los. Da müssen wir erstmal die Arbeiten hier beginnen, indem wir hier das weg machen. Das sollte reichen. Dann brauchen wir Gleisanlagen. Wir nehmen die 210er. Oder hatten wir schon 280er? Warte mal, was ist denn hier mit dem Strom? Warum 210? Na komm, wir machen 280er. Und das müsste dann eigentlich hier lang gehen, tut es aber nicht. Okay, das bedeutet, wir müssen tatsächlich dann noch was weg machen. Diese zwei Zipfel hier müssen dann doch noch weg, damit das klappt. Aber das wollen wir mal machen, ne? So, die Betonschwellen bauen wir da hin. Jetzt haben wir das falsche hier zugemacht. Und ziehen das jetzt hier mal runter, ne? Und dann hier Oberleitung 280. Alles mit schönem Beton. Passt. Dann noch ein Signal dahingestellt. Auswahl Endschild. Okay, hatten wir nicht hier irgendwo. Strecken Signal Vorrang. Ne, wollen wir nicht. Wir reißen ja das andere gleich ab. Das heißt, wir müssen nur das hier machen. So, glaube ich. Und, warte mal, die können noch nach da lang fahren. Aber, wir machen das schon mal so. Dann zählen wir das weg. Und bauen das davor dahin. So, passt's. So, jetzt können die da lang fahren und da lang fahren. Ne, hier können sie nicht lang fahren. Das heißt, wir müssen das Signal erst wegziehen. So, jetzt dürfen sie da lang fahren. Und jetzt können wir da abreißen. Ich glaube, wir müssen von hier unten kommend nach da oben machen. Sonst geht das nicht wegen dem Signal, ne? Hat das gut geklappt? Das hat gut geklappt. Das sieht gut aus. So, das passt soweit. So, und jetzt muss hier noch ein Gleis hin. Bis dahin, bis dahin. Und das kann auch so durch. Dann 280er Strom. Ziehen wir bis dahin. So, haben wir das erst mal. Ach, der jetzt hat das da rumgebaut. Aber ist auch nicht schlimm. Hier ist noch nicht so ein bisschen, sieht's hier noch komisch aus, ne? Okay, da ist auch noch nicht so toll. Kann man das irgendwie noch schicker machen? Ne, ne? Ah, jetzt sieht's gut aus. Obwohl, hier sieht's nicht gut aus, ne? Aber jetzt sieht's da auch gut aus. So, das ist da, das ist da, das ist da. Jetzt brauchen wir noch ein Gleis. Für Personenverkehr. Das ist hier. Da haben wir schon. Und fertig. Das heißt, hier kann der auch anhalten. Und wir können jetzt hier weitergehen. Da ist das Schicksalwerk. Und wir wollen hier hin und hier was bauen. So, da müssen wir ein bisschen hier umstrukturieren. Da werden wir da eine Straße bauen. Und dann, äh, das, das, so. Ja, ich mach's mal so und dann so. Passt soweit. Dann müssen wir die Linie nehmen. Warte mal, das ist, glaub, einfacher, wenn ich die Lupe nehme und hier einen auswähle und dann über diesen Weg gehe. Der kann wieder zu. Und Linie ändern. Und Döbeln, Tierfutterfabrik, achso, wir brauchen noch einen Halt. Äh, der muss da hin. Jetzt ist es da. Jetzt können wir hier weitermachen, dass der da hinfährt. Dann löschen wir den da raus. Machen das zu. Und dann soll das passend sein. So, dann Straße wegreißen, sobald er da weg ist. Es muss von hier. Ja, der erste fährt da schon rum, das ist schon mal gut. Nach. Da weggerissen werden. Passt. So, dann. Autos fertig. Züge kommen. Bis dahin. Okay, das hat nicht geklappt. War das 280? Ja, naja. Komm, dann machen wir das gerade so. Schön hier, so im Viereck. Ja, sieht doch gut aus, oder? Ist das hier schon 280? Sieht fast so aus. Nee, ist doch nicht. Das ist ähnlich, aber nicht gleich. Aber warte, hier ist noch eins. Das haben wir noch nicht. So, jetzt passt der Bahnhof. Soweit, so gut. Der kann da jetzt rein. Ach, dann brauchen wir noch den Dingens hier. Sag schon. Also, das können wir hier auch zumachen wieder. Die fahren ja noch. Und das Dach da drauf. Passt. So, jetzt haben wir das fertig. Hier ist es überfüllt. Also, hier sind wir fertig. Hier haben wir ja schon den Strom. Hier sind es immer noch 105,9. Das können wir mal hier unten offen lassen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir noch einen Zug da drauf setzen. Wir müssten natürlich hier, was sind das, 160er-Gleise, ne? Ja. Müssen wir mal schauen, was wir da an Geschwindigkeit aufnehmen. Wir müssen noch weiter hoch zum Depot. Da ist es. Aber vielleicht basteln wir erst die Linie, ne? Ja, Zug. Neue Linie. So, welcher Zug fährt denn hier schon hin? Haben wir da hier noch so ein Schienentaxi? Oder was fährt hier schon? Ich glaube, so ein Flirt, oder wie heißt der, fährt hier schon, ne? Und der fährt bis hier hin. Das heißt, wir können von hier aus loslegen, ne? Starte da mal. Das heißt, wir kommen hier rüber. Ist hier auch. Ne, da brauchen wir nicht anhalten, oder? Ne, das machen wir nicht. Da fährt hier die Straßenbahn. So sind dann hier. Fahren hier hinten hin. So, dann sind wir hier unten. Dann fahren wir weiter nach da ganz unten, wo wir schon jetzt zum Schluss gebaut haben. Das ist hier. Und dann sind wir schon da. So, dann gibt es eine Rückfahrkarte. Dann fährt er wieder rückwärts zurück. Passt. Linie. Ist soweit fertig. Und das ist jetzt Personenzug startet in Harddexen und fährt zu den Industrien. So, dann haben wir das auch rumgenannt. Fertig. Und jetzt müssen wir nur einen Zug da draufsetzen, ne? So nach Norden. Da ist es noch nicht so richtig, oder? Ja. Und da ist das Depot. Und da steht einer drinnen. Den haben wir mal irgendwann zurückgeschickt, wahrscheinlich. Verkaufen wir den. Bares Geld wieder da. So, und jetzt brauchen wir Passagiere. Die. Und wir sortieren mal nach Geschwindigkeit. Weil wir wollen ja schnell sein. Der ist also langsam. Ja, und die sind schnell. Das sind 220er. Okay, das sind zwei. Das heißt, es muss eine Lok geben, die da vor muss. Hier ist 220. Dann, oh, die heißt auch so Motropolitan oder so ähnlich. Das heißt, das ist. Also, wir müssen hier auf Anhängen, dann geht das auch. Und die Passagierzüge war da. Dann müssen wir den da dran erhängen, ne? Welcher ist da? Das ist der Steuerwagen. Das heißt, das hier ist der Mittelwagen. Jetzt müssen wir mal gucken. Kapazität haben wir zur Zeit 57. 114. Also so 300 brauchen wir schon, ne? 285 plus den Endwagen. Ja, 330. Das passt schon. Jetzt hier den Zug auswählen. Güterzug. Ne, Passagierzug. Kadex und Industrien. Und dann würde ich den mal starten. Dann hier schnell angeklickt, bevor er weg ist. Haben wir. Und dann müssen wir den jetzt gucken, wie der es schafft. Allerdings ist das jetzt natürlich eine Frage. Die kommen ja aus Riedenburg. Das heißt, hier sind vielleicht noch gar keine Passagiere aus Riedenburg, die da hinwollen, ne? Die anderen Züge, die müssen ja erst hier vorbeibringen, die Passagiere. Also wird das noch nicht so klappen. Machen wir mal verfolgen und gucken uns das mal erstmal an. Eigentlich müsste jetzt null Passagiere sein, weil ja noch keine Arbeiter von Riedenburg hier rüber geschafft worden sind. Die müssten ja mit irgendeinem der nächsten Züge dann erst kommen, ne? So, das hier ist 105,9. Hat sich nichts geändert. Und hier steigt jetzt keiner ein. Wie geplant. So, wahrscheinlich dürfte jetzt gar keiner hier einsteigen erstmal, ne? Machen wir schneller. Machen wir schneller. Da gibt's keinen. Da gibt's keinen. Auch keiner. Auch keiner. So, und da müssen jetzt schon vielleicht Arbeiter von der Schicht nach Hause fahren, oder? Ja, 17 Leute. Das gleiche passiert ja jetzt auch hier. Ja, 76, 89, 175, 219. Sehr gut. Sind hier schon welche angekommen? Tatsächlich, da sind jetzt schon 36, die hergekommen sind mit einem Zug. Gut, dann fahren wir nochmal eine Runde schnell. 30, 10. Okay, da hat er einen Halt gehabt. 4 nur noch. Einer. Einer fährt durch. So, was ist denn hier? 105,9. Der erste kommt jetzt an, ne? Naja, mit einem Arbeiter wird's jetzt hier nicht gerade Wahnsinnssprünge machen, oder? Oh, 110 schon. 110,7. 105,9. Das ist, ja, fast 5. 4,8 waren das für einen Arbeiter. Ja, das wird aber gleich wieder runtergehen, ne? Dann fahren wir mal gerade schneller. Wie viel haben wir denn mit 12 Arbeiter? Ah, das geht aber noch nicht runter. Ah, der Wert bleibt noch oben. Wie viele Leute haben wir im Zug? 266. Vorletzter Halt. Und da sind jetzt 209 da drin. Wow. 168, 110. 100. 21 fahren bis zum letzten Werk. Oh, da war es runtergegangen. Aber ja, jetzt seht ihr gerade 158,9, nachdem wir diese Leute abgeliefert hatten. Also, das ist ein gutes Drittel, würde ich jetzt mal sagen, mehr geworden. Ja, läuft, oder? Tante Mimi? Hat funktioniert. Wunderbar, danke. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, müssten wir nochmal überlegen, ob wir da noch was minimieren, sag schon, optimieren. Indem wir jetzt zum Beispiel überlegen, dieses hier noch anzuschließen zum Beispiel. Oder, da war noch ein Kraftwerk unterwegs, glaube ich, ne? Hier. Da könnte man ja auch noch ein paar Leute hinschicken, ne? Wie sieht es denn hier so aus? Ja. Hier könnte schneller produziert werden, wahrscheinlich der Strom, ne? Die kommt tatsächlich auch aus Hardexen. Gut, müsste man mal dann überlegen, ob wir das machen wollen oder nicht, ne? Aber da würde ich jetzt erstmal sagen, machen wir erst einen Cut und machen das in der nächsten Folge. Vielleicht schreibt dir einer einen Kommentar darüber, ob wir das anbinden sollten oder nicht. Strom haben wir schon darunter gebracht. Vielleicht sollten wir auch Strom zu den anderen Werken bringen. Aber das würde ich sagen, machen wir alles in der nächsten Folge. Ihr gebt Kommentare, ob wir das machen sollen oder nicht. Und wenn, dann wie. Und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Aue habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Also gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video von meinen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.